ja ja ich sehe dich wer schlitzer ich bin immer noch dann ist halt aber gutes versteck mal sagen hat gesehen und rausgerannt und bin noch mal langsam zurückgekommen ja so war dein glück gewesen jetzt schon mal wieder ich habe noch nichts geschafft nur er heute mit dem komisch phantom oder wieder hieß er hat sich heute richtig hat er es auf mich abgesehen gehabt keine ahnung warum in jeder mission wo ich drin war war der auch ein und hat mich ewig rausgekickt voll kacke da wollte nur Pech gehabt bis jetzt Eiger als mehr wird zum gehen dazu und jetzt muss er auch vor Ort hätten wir er hat als die Schatten mit der Börse ich bin ein ein paar Niederknüppel hr 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 du bist du bist du selbst das gab es nur als riesige bewegliche Gummi Dillus vorstellen hr hr und Ochsen ziehen also neuen Schwanz erhebten Prozent Prozent über den Eier daran haben die Montage ist Das war jetzt geil, das war jetzt geil, das war jetzt geil, wir beide so teleporten uns zu ihm, ey, das war mein Abgas, das musst du wegschneiden. Ne, lass dich drinnen, das müssen wir, wenn doch müsste man das wegschneiden, ne, lass dich drinnen, lass dich drinnen, Beste, Alter, der kommt einfach, wie gesagt, mit nem kleinen Röser, der kommt einfach rein, Alter, ja, Pau, verschon mich, verschon mich, verschon mich, Sau, taucht dahinter neben. Boah, du Sau, Alter. So eine Sau, Alter. Schusswechsel auf dem Gang? Ach man, das ist doch scheiße gewesen, hätte ich mich jetzt nicht verraten. Oh, jetzt habe ich mir in die Ohren gestochen. Oh, boah. Ich habe meinen Schwanz, bitte was. Ähm. Die sind alle beide unten. Oh, wo der Benn ist. Der ist komplett falsch, der ist unten bei den Betten, wo du mich erschossen hast. Auf wen habe ich da gerade geschossen? Moonwalker. Ich weiß nicht. Wo darfst du hin? Wo darfst du hin? Du bist so bescheuert. Wo. Oh. 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 Wie der sich nur rumdreht. Oh. 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 Ist eigentlich nur noch weglaufen. Oh. Oh. Ben ist ganz unten, ganz unten, Maschinenraum. alter zwinker zwinker moonwalker ist oben bei der bar ich darf dort ich bin cool mitglied musik wo sind das eine Bar für mich nur auf die ja das ist ja mal toll die Zeit läuft runter der Proben ist immer noch unten wird wieder und wieder weg mit Orman der E-Scheiße und dort mit Mann die B waren ich hab doch mal ruhig bleib ruhig brauner sie springen ins Wasser kriegst du ne Meldung eigentlich? ja ne? kriegst du ne Meldung? nö oh hier ah da ist meine Schrotze hallo 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 mann war das knapp alter wie low warst du? hey ich hatte noch Hälfte des Lebens ach komm jetzt wir runter nach 17.00 Uhr 50 Minuten nein 55 Minuten hmhm am besten 55 bis 6 Uhr der wow krass unhockers Kinder sei doch nicht so streng mutenburger ah das ist doch kacke man sei doch nicht so streng alter 42 43 44 ich halte auch immer wenn ich sterbe schalte ich auch manchmal durch ne ist glaube ich ein bisschen spannender oder hihihi er versucht da zu räubsen hihihi mach mal wieder ranzig halte menn hat 6 alter hihihi 3 6 halte jawohl aber die drei Brüder vom Fenlo, ey! Drei Engel für Charlie, Drei Engel für Charlie! Ne, da sind die drei, keine Ahnung, drei Hexen für Charlie! Drei Dildos, bitte was? Drei Waschlappen! Ich will aber auch aus mit den Masken, ey, das ist echt... Drei waschige Lampen! Lappenalter! Duschlampe! Duschlampe! Machen wir das in die Kamera, ja, eingeschaltet, höh, Lippe! Ben, schlapp mir nach, ich kann jetzt grad gucken, sonst geht die Aufnahme gefühlt. Ah, ja, okay. Dann können wir euch... wir werden euch schneller, wenn ich euch kurz rausgehe. Den mir eine Überraschung zurück, ja! ich gebe dir gleich überraschungen wir sind 30 geteilt durch fünf ja er ist sein ehren 6 ich dachte ihr prügelt euch da voll heftig junge freunde nicht weg wollen du im kampf nur im kampf ja alles klar liebe zuschauer ihr seht mustang ist eine missgeburt leute einer schlotte wächst die soße also leute dieser oft aus aus mann kraft ausdrücke hier dass ich nicht gedulden ja da machen wir alle die arme hoch und zeigen den muckis was für muckis ach die muckis ich will mal kurz alter wie lange nimmst du schon auf hast du adhs tut mir leid macht die dreckslampe aus hallo mach aus mach aus ich lass dich aufs protest an alter mach aus neins ernst mach aus mach aus mach aus zigeuner ey ups falscher alarm sind jetzt alle drei hier verarschen ja dann mach die lampe aus mach die lampe aus mach die punzel aus also die kinktaschenlampen wöchelgelus hupen doch in der dritte um jetzt noch mit lampe gemäß damit man auch in Wartenabzeichen findet hupen nur noch kommen wir hatten abzahlen die schlangen dann nicht aufnehmen oder was von also ich weiß nicht ob das schon aufnimmt immer auf dem aufmann die leuchttur immer noch keine meldung gekommen hat nicht mehr gehen aber ich habe mich ich hab grad ich hab fast gerade meine PlayStation untergeschmissen boah boah jürgert er ist unverhoff ein paar Jahre langweilig das ist auch klar dass man verliert wir machen jetzt immer keine Gruppen bilden sondern einzelnen scheiße ne ne doch das ist wirklich scheiße meinst du gleich selber ach stimmt einen Horrorfilm teilen die sich auch immer auf ja und am Ende sie bleibt immer einer üblich ja gut irgendwie ist das irgendwie ist es voll komisch weil dunkelhäutige sterben in Horrorfilme immer zuerst ja überlegt mal warum komisch überlegt mal warum ich weiß nicht ja die laufen mit dem Mund auf ja die laufen mit dem Mund auf ja das rosa Kopfkissen ne ja so mit der Couch ja aber auch er kann sie wird ja mal erzählen dann muss ich hier er hat mich schon wieder das nicht alles zu Missverständnissen kommt Gott der Fakt lol bin ich gut ey was zur Hölle bin ich gut alter nein du bist schlecht schnauze da oben ey das ist doch scheiße dann hast du dich von der Wand weggegangen du hast dich auch gerade gerollt hä ne und darf man doch was du gesagt das war ein Roll und dann Schuss aber warum bist du nicht von der Wand weggegangen du musst X drücken weiß ich nicht ja hab ich doch er muss dann regt sich voll so auf wie eine von RTL dieser Hartz 4 Empfängerin ich weiß auch nicht hier ist ja Andreas Schischow Andreas Schischow da bleibt doch liegen da ich weiß auch nicht